In empirischen Forschung gibt es nun oft ganz viele Variablen, die erhoben werden und auch ganz viele Merkmalsträger, an denen diese Variablen erhoben werden. Als Beispiel können wir sagen, dass an einer Stichprobe von mehreren Personen verschiedenen Geschlechts der durchschnittliche Alkoholkonsum über einen Monat hinweg gemessen wird. Wir haben drei Variablen. Wir haben zum einen den IQ, den Intelligenzquotienten einer Person, nennen wir ihn X. Dann haben wir das Geschlecht, nennen wir die Variable Y. Und dann haben wir die Alkoholabhängigkeit einer Person, nennen wir sie Variable Z. Wie benennt man symbolisch, also wie indiziert man beispielsweise die IQ-Messung des vierten Mannes in der Gruppe der Alkoholiker? Okay, wir sagen zunächst mal die Variable Geschlecht, das ist unsere Variable Y, werde mal in K gleich zwei Ausprägungen gemessen, nämlich männlich und weiblich. Die Männer bekommen die 0, die Frauen die 1. Die Variable Alkoholkonsum wird diskretisiert in n gleich fünf Ausprägungen gemessen. Das ist eine Definition von Jelinek 1951, die wie folgt belabelt ist. Z1, kein Alkoholkonsum, bekommt die 0. Z2, Konflikterleichterungstrinker, die bekommen die 1. Z3, das sind die Gelegenheitstrinker, wahrscheinlich das, was man am häufigsten antrifft. Z4, das sind schon richtig die Alkoholiker, nämlich Rauschtrinker und Z5, bekommen die 4 kodiert. Das sind die periodischen Trinker, die man früher auch als Quartalssäufer bezeichnet hat. Insgesamt nehmen wir in unserer Studie n gleich 220 Personen teil. Diese 220 Personen teilen sich ja auf in Männer und Frauen auf der einen Seite und innerhalb dieser beiden Gruppen auch noch Personen, die Z gleich 0, Z gleich 1 und so weiter bis Z gleich 4 kodiert bekommen. An diesen 220 Personen messen wir nun den IQ. Die in diesem Experiment eigentlich gemessene Variable, das ist der IQ. Wir holen uns jeden Merkmalsträger ins Labor und messen seinen IQ. Die beiden anderen Variablen, also Geschlecht und die Kategorie des Alkoholkonsums, in die der jeweilige Merkmalsträger fällt, das sind sogenannte Gruppierungsvariable. Diese Gruppierungsvariablen haben ebenso wie der IQ verschiedene Realisationen, aber diese Realisationen kennen wir bereits vor dem Experiment. Was wir nun brauchen ist eine eindeutige symbolische Repräsentation des IQ eines Merkmalsträgers. Aber dieser Merkmalsträger, der kann ja nun zum einen weiblich, zum anderen männlich sein und der kann in eine unserer fünf Alkoholismuskategorien fallen. Diese Gruppierungen wollen wir nicht weglassen bei der Indizierung unseres Merkmalsträgers. Es wäre sehr einfach, unsere Merkmalsträger mit x1, x2 und so weiter bis xn zu bezeichnen. Bei dieser Bezeichnung würden wir einfach eine lange Liste von IQ-Werten unserer Merkmalsträger aufschreiben und diese einzelnen gemessenen IQ-Werte mit den Symbolen x1 bis xn repräsentieren. Genauso wie wir es vorhin in der Einführung gesehen haben. Allerdings würden wir hierbei Informationen verlieren, die wir über unsere Stichprobe eigentlich kennen. Nämlich die Informationen, ob eine Person männlich oder weiblich ist und in welche unserer fünf Alkoholismuskategorien sie fällt. Deswegen ist diese Schreibweise mit nur einem Laufindex zu einfach. Zur eindeutigen Indizierung des IQs unseres Merkmalsträgers benötigen wir also unbedingt mehrere dieser Laufindizes. Wir haben gesehen, dass eine Person immer in einer unserer k mal m, also 2 mal 5 gleich 10 Gruppen von Geschlecht und Alkoholkonsum fällt. Wenn wir nun als Laufindex für das Geschlecht r wählen und r läuft dann von 1 bis k, wobei k gleich 2 ist und für den Alkoholkonsum wählen wir den Laufindex s und s läuft von 1 bis m, wobei m 5 ist dann hat jede der 10 Gruppen, die daraus resultieren, n rs Mitglieder. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jede unserer Subgruppen kann natürlich eine unterschiedliche Anzahl von Mitgliedern haben. Die erste Subgruppe, also vollkommen abstinente Frauen, könnte 10 Personen umfassen. Die voll abstinenten Männer könnten nur 5 Personen sein und so weiter. Wir haben also für jede unserer Untergruppen ein eigenes klein n. Wir hätten also unser n11 für die erste Geschlechts- und die erste Alkoholkonsumkategorie. Und so würde das weitergehen für alle anderen Gruppen. Jede der Personen in der Stichprobe kann nun eindeutig identifiziert werden über ein solches Symbol wie hier aufgeschrieben. x, das ist der IQ-Wert dieser Person. i, das ist der Laufindex für diese Person innerhalb ihrer eigenen Gruppe. i läuft pro Gruppe von 1 bis n und zwar das n dieser konkreten Gruppe. r läuft von 1 bis k, also unsere Männer und Frauen. Und s läuft von 1 bis n, also unsere 5 Alkoholkonsumkategorien. Wenn wir also zum Beispiel ein Symbol haben wie x413, dann wissen wir, dass das der IQ des vierten Mannes unter den Gelegenheitstrinkern ist. Warum? Die erste 4 hier, das ist der Index der Person in der Gruppe. Die 1 hier, das ist der Index des Geschlechts. Unser Geschlecht hatte zwei Kategorien, nämlich y1 und y2. y1 waren die Männer, y2 die Frauen. 1 also hier die Männer. Und das hier hinten, die 3, das ist unser Laufindex für den Alkoholkonsum. Die Variable Alkoholkonsum hatte fünf Ausprägungen. z1, z2, z3, z4 und z5. Und die dritte Ausprägung davon, das waren die Gelegenheitstrinker.